Was ist denn dein Auge für ein Problem? Was ist denn jetzt los? Was passiert? Wie das da in der Ecke, Robi? Warte, wir warten kurz auf Darrell. Ach komm, halt den Mund. Wie geht denn sowas länger? Das frage ich mich ehrlich gesagt. Einmal kurz Haarfeiern. Moin Moin und ich begrüße euch herzlich zu, haltet euch fest, eine neue Runde von Grand Theft Auto. Heute mit Fabian und Dario. Guten Tag. Guten Abend Max. Wie geht es Ihnen zu dieser späten Stunde? Exzellent. Exzellentes Wort habe ich lange nicht mehr gehört. Also ich kann nicht klagen. Das ist schön. Ich kann nicht so hochgehoben. Zu dieser späten Stunde. Ja Max, wir wissen es. Wir wissen es doch alle. Ich habe auch ein super gutes rausgesucht. Extra für Delay. Und zwar heißt das Ganze The Wave Surfer. Und das ist für PC. Ja, das gibt es aber auch für das Placer auch. Surfed this huge container wave over the streets of Los Angeles. So the heart used the entire XF work in progress. Ja. Das da hinten dran steht. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Der macht diese Races unter anderem. Reloaded on YouTube. Ja, Xusulas oder Xulas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das bestimmt ein ziemlich krasser Boy. Mit Sicherheit. Kann zu gut fahren? Ist von auszugehen. Also auch diese Looping-Kram-Geschichten und sowas? Kommt drauf an. Normalerweise sehe ich nichts. Das letzte, was ich mir bei dir angeguckt hätte mit Manu, war dieses mit dem Wallride, wo ihr da so ganz hoch fahren musstet und dann links wieder runter. Was ein bisschen gedauert hat, bis Manu das, ne bis du das hingekriegt hast glaube ich. Okay, Max. Okay. Mach direkt mehr Vorwürfe am Anfang der Aufnahme. Finde ich gut. Komm direkt wieder eine super Aufnahmestimmung auf, Max. Weißt du ganz ehrlich? So, Entity XF. Was ist dein Standard Gruß, Dario? Äh, Gruß. Der Gruß, ja gut, der Gruß ist, ich nehme das Winken, ich mag das. Ich nehme Rock. Das ist immer mein Stand. Wieso? So, wir sollten die Entity nehmen, ne? Meint er. Ich wette mal 500 Dollar auf mich selbst. Ach komm, ich bin aber auch ein ganz Arschloch. Da kann man ruhig mal 500 Dollar auf. Hier, 100 Dollar auf Zartgen, Max. Wo ist Dario? Das verstehe ich nicht. Ne, nein. Too late. Es geht zu schnell. Ja, es lehrt einfach zu schnell, dieses Spiel. Es ist eine Standard. Wo ist Dario? Da ist der Jerez Spinachet. Ich bin da, wo rechts. Dad Atlas. Oh nein, guck mal, wie du hier bist. Dad Atlas. Ich stehe voll am Rand. Ja, wir alle, das ist richtig bescheuert. Aus der einzigen richtig ist Dario. Na klar. Das ist ja schon mega scheiße. Freunde, der Kontakt ist an, so bescheuert. Ja, das ist halt so. Boah, da wird jetzt über zwei. Ach komm, das wird doch nix. Das wird niemals auf. Nein, ich fall runter. Wie soll man da hochkommen? Ne, doch nicht. Einfach hochfahren. Auch einfach hochfahren, sagt er. Na klar. Ey, das wird so nicht, Leute. Ist logisch. Das Problem ist, wenn man... Ja, das Problem ist, Alter, man will irgendwo hochfahren, dann kommen 80 Leute auf einen raufgeflogen. Ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Ich versuche einfach gerade da jetzt durch zu... Hä? Ich bin irgendwo rausgeflogen. Ich bin irgendwo hingefetzt, aber richtig hart. Ich paare mich hier gerade. Ich geh jetzt doch wieder in die Außenansicht. Das war ein bisschen zu krass gerade. Wehe Dario, pack das jetzt. Soll man eigentlich da komplett hoch oder reinfahren, frage ich mich ehrlich gesagt. Okay. Nice. Einmal kurz. Soll man da eigentlich... mit diesen... Ich... 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 Wie meinte das ernst mit... Das ist so völlig bescheuert. Was für ein Scheiß. Soll man da diesen Schlips rein oder soll man da komplett hoch? Wie soll man denn da schräg... Oh, Alter. Was? Ich muss gleich mal gucken, dass ich ihn vielleicht ein bisschen lauter stelle. Okay. Noch mal. Kannst du ihn lauter stellen, Dario? Nee, kann ich gerade nicht. Oh, nein. Nein, bitte keinen Scheiß. Ich fliege. Nein, nein, nein. Das hab ich gemacht. Das mach ich. Ich hab's geschafft. Okay, Leute, ich muss kurz den Dario ein bisschen lauter stellen. Ich bin rausgefallen. Zurück schaffe ich's nicht mehr. Dario, sag mal Hallo. Hallo, Max. Ja, so ist gut. Soll ich nicht wundern, sorry, Leute, das ist kurz hängen geblieben. Ey, ich hab's fast getrackt. Nein! Auf dem ersten Platz, Alter. Was geht ab? Fab und ich gleichzeitig. Wir sind gegeneinander gestoßen, Fab. Weiß ich nicht. Hab ich es geschafft, oder was? Ich geh jetzt nochmal in die Innenansicht. Ja. Aber da gibt's kein Checkpoint, leider. Nee, warum auch? Das musst du dann nochmal machen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm, hauf mich weg, Alter. Ich bin irgendwo auf dem Vordach gelandet. So, ich nehm jetzt auch die Ego-Perspektive, weil sonst hab ich hier null Chance. Das ist die Ego-Perspektive, weil Dario ein Ego. Wieso starte ich immer hier ganz links? Das ist total bescheuert. Okay, wenn man's so macht, geht das mega easy. Und dann sollte man vielleicht fremden. Und nicht durchfahren. Ich bin rausgefallen und wieder in den Anfang reingefallen. Das ist so bescheuert, wenn die Leute genau da drin stehen. Habe ich zu viel versprochen, Dario? Jetzt hab ich verstanden, wie ich da aufs Dach gel- Ich find's echt geil. Ich schaff das nicht. Weil er erstmal drin ist, so ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff's auch nicht. Ich geh nochmal in die Innenansicht. Ja, okay, das schaff ich auch leider überhaupt nicht gerade. Ey, was ist das für eine Scheiße hier? Oh, da sind... Sorry. Jetzt vielleicht eventuell... Hä? Ich fett's die ganze Zeit irgendwo gegen. Ich weiß gar nicht wo. Aber den ersten... Diese Container! Kriegen wir jetzt eigentlich hin, ne? Ja, nö, ja, ja. Da muss man eigentlich... Ich hätte links abbiegen müssen. Was war das? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich wollte dann auch in die Ego-Perspektive gehen. Ich seh einfach wieder gar nichts. Okay. Nein, hallo! Ich hab Max berührt. Wie bist du im Penner, Alter? Ich weiß. Ich hab noch jemanden irgendwie geschossen. Alter, Pep, was soll denn der Scheiß? Sorry! Hä, wo muss man denn hin? Oh nein! Ich schaff überhaupt nicht, wo ich hin muss. Okay. Okay. Hä, wie soll das denn gehen? Muss ich wieder zurück, oder was? Unfassbar. Es ist unmöglich. Muss man einfach wieder zurück, oder was? Ja, scheinbar. Ich schaff nicht mal dahin zu kommen, im ersten Ding. Warte mal, ich fahr jetzt da runter. Ey, ich check das nicht. Wo muss ich denn hin? Hä? Oh, ist das zum Kotzen. Oh, Alter! Ich glaub, ich verstehe. Der Punkt ist unten irgendwo. Man muss runter. Ich bin auch eiskalt runtergesprungen. Hä? Alter, wie verrückt. Du bist rausgelandet und musst jetzt im Parkhaus erstmal runterfahren. Das ist völlig sinnlos. Dritte Etage, toll. Wo ist denn der Punkt? Ich komm mir vor wie... Oh, ich schaff's einfach nicht. Wie in einer Tankstellenwerbung. Zehnter Stopp. Nee, ich schaff einfach nicht. Pizza für Jonas Buckner. Der Bank ist, glaub ich, irgendwo da oben. Ach, hier, ich hab ihn. Jetzt ist er da oben. Ich hab ihn. Ah, da ist er. Scheiße, nee, der kommt noch nicht durch. Er ist oben auf der Autobahn. Komm schon, komm schon. Scheiße, wie kommen wir denn da hoch jetzt? Da musst du Autobahnauffahrt suchen. Ja, könisch hat's auch nicht geschnallt. Nice. Ich find eine Autobahnauffahrt. Wo seid ihr denn jetzt, Leute? Frag nicht, Alter. Weggefahren. Einfach abgehauen. Falsche Richtung. Oh, ich schaff einfach nicht. Mein Checkpoint. Ich flieg da immer aus diesem Spiralenteil raus. Du musst runter dann bei dem einen Checkpoint. Ich weiß ja nicht, welchen du jetzt noch nicht kriegst. Ich hab noch nicht bei den ersten. Ich weiß nicht, ob da einer war. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ist das jetzt der richtige Weg hier? Ja. Ja, hier. Da bist du auch am Tankseitling gerade vorbeigefahren, ne? So, und wo muss ich jetzt lang? Wieder in die andere Richtung. Ach, man muss da irgendwie runterspringen. Und wir haben nur nicht gerafft, da runter zu springen. Ja, du musst doch hier an der Seite raus. Das ist ein bisschen freaky. Ich weiß auch nicht, wie. Das macht nix. Yellow Spinacho. Yellow Spinacho. Hallo. Oh Gott, er kommt. Hallo. Oh Gott, jetzt. Ich bin dritter. Einer ist vor uns. Wer ist der Erster? Mann, Alter. Weiß ich nicht. Irgendjemand muss Erster sein. Dari, ich wollte dich direkt richtig abschrecken. Ich merk das schon. Ich merk das schon. Ja, der ist schon im Ziel. In der Innenansicht musst du fahren. Ey, Pep sag ich schon. Dario, dann kriegst du den. Nee. Hab ich schon probiert. Okay, ich hab's geschafft. Ja, man. We got it, Alter. We got that. Ja, ihr habt bisschen mehr Kohle eigentlich wetten können, oder? Also Dario, ich hab das mit der Karre auch in der Innenansicht gemacht. Ja, du kommst da sonst nicht wieder zurück. Das ist das Problem. Wir können ja dabei mal zugucken, genau. Hier, machen wir mal die... Genau, jetzt volle Power, Alter. Ja, das krieg ich ja hin. In der Innenansicht, genau. In der Innenansicht. So. Bis man jetzt schräg. Ja, ja. Nicht so doll, nicht so doll, ja. Uh. Ja, das war ein bisschen zu doll, vielleicht. Fühle euch ein bisschen. Oh, nein. Es explodiert. Krass, Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das muss ich dir lassen. Läuft schon eine Zeit. Ja, 16 Sekunden. Ja, weggekommen. Lass dich nicht unter Druck setzen. Lass mich seit nur noch 12 Sekunden. Guck mal so, solange du den Punkt dann noch bekommst, ist alles irgendwie. Ja, ich seh halt gar nicht in der Innenansicht hier so. Und dann fliegt der so. Oh, das war gut. Du hast ihn, du hast ihn, du hast ihn. Äh. Oh. Wo muss ich jetzt? Aber es macht nichts. Du hast ihn bekommen. Nice. Immerhin ein Erfolg. Never ever ended the race. Schade, hat er auf Max gesetzt. Ich wollt grad sagen, wie blöd ich bin. Ich bin Dritter. Ich hab mir gar nichts gemacht, jetzt zu wetten. Ja, es hat mir auch nichts... Ich bin Zweiter geworden. Wie viel hast du gewettetet? Hast du richtig rausgekommen? Easy. Ah. Das ist ja nix. Ich bitte nicht. Aber ich glaub, es ist immer noch Double Money im Moment, ne? Wer hat er denn jetzt von, das Atlas? Bitte? Alter, wird der das dann geschafft? Was ist denn Atlas? Der Atlas, der sonst nie so gut ist, ne? Äh. Okay, Leute, ich hab noch zwei, drei andere Sachen vorbereitet. Wir machen kurz nen kleinen Cut und hüpfen direkt in die nächste Runde. Woohoo! So, Leute, nun spielen wir den Loop to Twisted Loop. Auch wieder extra für Daniel rausgesucht. Building Loop. Na klar. To Tornado. Some skill may be required. Set on GDA and use the Turismo for bad results. Okay, also wir sollen auf jeden Fall den Turismo nehmen für schlechte... Okay. Bei mir leckt's grad das Todes. Ich kann gar nix machen gerade. Ich nehm mein Zentorno. Was nehmt ihr denn jetzt? Ich nehm mein Zentorno. Bei mir ist das gut einfach gefreezed. Ah, jetzt geht's wieder. Ne, es leckt grad das Todes. Ich kann überhaupt nix tun. Okay, nice. Was geht ab hier? Okay, ich weiß nicht. Mach mal den Zentorno. Leute, es leckt grad einfach nur komplett. Ich kann nix tun. Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Ich setz trotzdem mal hundert Dollar auf dich, Max. Ich setz einfach mal tausend, Alter, weil ich's kann. Weißt du, ist mir egal. Acht Milliarden setze ich. Ihr dürft nicht vergessen, es gibt Double Kohle. Double Cash. Double Cash. Double Cash. Ey, es leckt grad richtig heftig. Aber so richtig unnormal. Mach Max. Mal gucken, ob das sich wieder fängt. Kopf hoch. Ich bin Action Hero. Ich bin ein Action Hero. Ich bin ein Action Hero. Ich bin ein Action Hero. Mario Kart Start. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss, die Opfers. Ja, Fab mit seiner getunten Mega-Kiste zieht wieder mega vorbei. Oh, Dario, Alter. Na klar, wir machen was ihr kommt. Alter, Fab mich kann, Fab mich mal einholen. Danke für die Doppelbrücke. So was hast du nötig, um zu gewinnen. Oh Gott. Hatten wir das schon mal? Ich glaub, das hatten wir schon mal. Ja, das hatten wir schon mal. Das ist mir auch grad. Aber ich hab den Sprung nicht geschafft. Ich bin Vorletzter. Da fallen Autos vom Himmel. Danke. Glaub ich setz mich mal eben zurück. Oh, nö. Oh, nö. Welcher ist denn das hier? Oh, jetzt darf ich nochmal von Anfang an. Ja. I know that feeling. I know that feeling. I know that feeling. I know that feeling too well. Atlas ist auf dem ersten Platz. Was macht denn der heute? Das hatten wir schon mal. Das hatten wir schon mal. Hä? Ist doch egal. Wie schaffst du das denn? Das hatten wir gerade vor zwei Folgen. Das ist Bullshit. Das macht keinen Sinn. Wollt ihr es trotzdem zu Ende fahren, oder soll ich direkt 9 aufmachen? Weiß ich nicht. Ich hab Selbstmord begangen. Weiß nicht. Ich bin mir auch gegangen. Ja. Ups. Das war nicht so geil. Ja, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll, ehrlich gesagt. Ich kam bisher nicht mal ansatzweise dahin. Oh. Obwohl, jetzt, 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 jetzt. Gab's. Aber da haben wir das mit Motorrädern gemacht, oder? Ne, 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 da haben wir es auch mit dem gemacht. Gelbe Spinat. Hat es einer von euch schon geschafft? Yellow Spinizzle. Oh. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber ich schaffe irgendwas. Sieht geil aus. Okay. Ich finde, das ist irgendwie anders. Oh, ich bin explodiert. Also, ich finde das auch grad irgendwie spannend. Also, auch wenn nix geht, aber, oh Gott, ich bin mitten in der Luft gespawnt. Läuft. Oh, Mann. Ich trau mich gerade nicht. Ich muss jetzt durch die Einkaufspassage hier fahren, das nützt nichts. Ne, den hatten wir noch nicht. Ne, den hatten wir noch nicht. Oh, ich sehe gar wieder gar nichts. Nein, den hatten wir noch nicht. Der ist anders, ne? Der ist anders. Der andere war anders. War schon leicht von mir. Sorry, Leute. Ist gut. Alles okay. Ich wollte schon anfangen zu weinen. Was ist das denn für ein Checkpoint? Wie kommt man denn da hin? Ah, 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 ah. Ah, okay, alles klar. Ich nehme alles zurück, Leute. Sorry, den hatten wir noch nicht. Den hatten wir noch nicht. Oh Gott, wie soll man das denn überhaupt schaffen? Alles klar? Okay, okay, okay. Es ist einfach ne Variante von dem, den wir schon hatten. Oh, Leute. Wie heftig meiner einfach hier gerade so. Bam, Alter. So, ich bin auf Position 2. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Aber? Ich bin auf Position 3. Ich weiß auch nicht, wie ich es geschafft habe. Aber ich habe selbst noch begangen. Und er weiß es, wie ich es geschafft habe. Das war nämlich ganz gut. Ach komm, Alter. Ich habe einfach eine Luft spawnt bei diesem Checkpoint. Halt mir das aus. Dass ich mich ja hier hoch soll. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Ich bin dann auf Position 6. Ah, warte. Da ist der Punkt. Ah, Max. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man einfach das reinlauft. Weil man denkt, man hat schon mal gefahren. Erstmal das. Da komme ich gar nicht hoch. Wenn man dann noch anfängt mit schönen 1000 Dollar-Wetten. Oh, ich habe den Checkpoint. Kriege ich den Checkpoint? Bitte, 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 bitte. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, ich habe den Checkpoint bekommen. Ich habe das Gefühl, dass Fab mega weit von mir weg ist. Du bist immer noch auf Platz 2, Fab. Ja. Stetig. Ihr habt es geschafft, ja, ne? Ihr habt es komplett geschafft. Kann das sein? Äh, ja. Ich glaube schon. Da vorne sind die beiden noch. Nein, nein, nein. Das sieht schlecht aus. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Nein, nein. Okay, Runde 2. Oh ja, zwei Runden gibt's. Ja, stimmt. Das ist nur eine Variante sozusagen davon, ne? Variante. Variety. Variety. Variety an Races hier. Nein! Ich bin mega vorbeigesegelt an dieser Scheiß-Sprung-Schanze. Jetzt habe ich noch mal vorne angefangen. Boah, wer ist denn da gerade so? So, ich will nicht schon wieder explodieren. Ich will nicht. Nein! Oh, das war so klar. Ich bin nicht 5 da. Max, bist du noch 6 da? Nein, ich häng mit meinem Scheiß-Sentorno. Immer vorne ditsch ich immer so gegen. Und dann komm ich in die Hure, Alter. Dann hat sich ein Scheiß-Fahrzeug gewählt. Ja, was hast du denn für ein Auto, Anna? Entorno. Ja, ich hab meinen tiefer gelegt noch. Das ist das Problem. Oh, das war wohl nix da. Nein! Geh weg da, geh weg da, geh weg da. Ich glaube, Lönisch ist vorne. Ach, komm. Das hab ich dir jetzt noch versaut, Alter. Ich bin falsch gefahren, ich Idiot. So fiese Sprüche raushaust gegen mich. Total fies, Alter. Richtig fies. Ja, lieber nicht. Wegkommen, Alter. Der Höhle hat das Ding beendet, Alter. Läuft bei ihm. Oh, fuck. Ich hab mich völlig verfahren. Ich hab mich völlig verfahren. Wacht, dass du wegkommst. Wacht, dass du wegkommst. Ich schieb dich. Ich schieb dich. Was war das denn? Du bist aber immer weggespawn. Ich werd wieder in uns weiter. Oh, hab ich's geschafft. Ne, ich bin oben. Naja, besser als nix. Man soll sich nicht beschweren. Also Treppchen ist Treppchen. Und wenn Treppchen Treppchen ist, dann ist Treppchen Treppchen. Ich würd wenigstens vor Atlas packen hier. Das ist Cowboy-Logik. Oh, Mann. Okay, das hab ich schon mal. Und jetzt kommt wieder das Mega. Okay, jetzt schaffen wir's. Jetzt schaffen wir's. Der Mega-Jump des Todes. Nice. Boah, der Ding. Alter, nein, nein, nein. Ja, Mann. Nice. So. Das wird nix, Dario. Das wird nix, sehe ich jetzt schon. Ja, wird auch nix. War ich schräg einfach. Max, du machst mich auch noch nervös dazu. Fällt dir ein. Das wird nix. Leider, 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 Dario. Hm. Los, Gas geben, Max. Ja, ja, Moment. Erstmal richtig hinstellen. Gerade, gerade. Na ja, alles gut. Nein. Was war das denn? Geil, explodiert, genau. Das war ganz gut. War ganz nett. War ganz nett. Hast du den Checkmant bekommen, Max? Der in der Luft kommt? Na klar, na klar. Na klar, Max. Ich schaff das nicht mehr. Alter, du machst mich so nervös. Ich schwöre, es liegt an dir. Nein. Nein. Klar, die anderen sind immer schuld. Ja, fuck jetzt. Hab ich den Checkmant noch bekommen? Ne, natürlich nicht. Nicht die anderen. Nur Max ist immer schuld. Ach so. Was ist denn los mit mir? Warum schaff ich das denn nicht? Nein. Sorry, aber. Was ist dein Auto für ein Problem? Was ist denn jetzt los? Was passiert? Ey, nein. Wie das da hängt. Guck mal bitte, wie ich da hänge, Alter. Warte, wir warten kurz auf Darrell. Warte, wir warten kurz auf Darrell. Warte, wir warten kurz auf Darrell. Ach komm, halt den Mund. Wie geht denn sowas? Wie geht denn? Wie geht denn? Nein, liebe Ende. Ach komm. Ja. Was ist denn da gewesen durch? Alles klar, Fer? Nein. Nein. Ich bin in diesem Wallride auf der Seite, aber ich stehe hier da drin sozusagen. Okay. Wie das aussah. Oh Mann. Dich. Habe ich noch gewettet? Ich kann nicht mehr. Super nice war Dich. Ah ne, ich habe gar nicht gewettet. Ah, sehr gut. Ich habe gewettet, 1000 verloren. Aber ich habe 153 geholt. Ich habe nicht gewettet. Wieso habe ich nicht gewettet? Anscheinend nicht. Wettverlust. Okay, nice. Ich habe Wettverlust. 100 Dollar. Ich kann nicht sagen, was passiert ist. Na Leute, wenn euch auf jeden Fall diese Runden gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut natürlich auch beim Herren Delay vorbei. Na klar. Und bei Herren Cowboy, würde ich sagen. Natürlich. Dem lieben Herrn Fab. Fab Fabian. Ja. Und dann schreibt uns unten rein, wenn ihr noch einen Tipp von uns habt, welche Map wir unbedingt mit dabei spielen sollen, damit er wirklich komplett zur Weißflug getrieben wird. Das ist ganz wichtig. Das ist so die geheime Mission hiervon. Na klar. Na klar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ne? Ja, ist ja gut, ne? Freiner Junge. Ja. Seht's. Ha, 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 ha.